Hallo und herzlich Willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo. Im Prinzip möchte ich euch nur mitteilen, dass hier auf dem Kanal bald ein Dark Souls 2 Let's Play starten wird und zwar mit mir alleine. Eigentlich wollte ich das mit Dolm zusammenspielen, aber da Dolms PC leider zu schwach ist, da er nur seinen Ultrabook mit in Australien hat, mache ich das Ganze alleine. Aber dafür mit Facecam. Viele von euch denken sich jetzt vielleicht, was ist denn Dark Souls? Das ist Dark Souls. Man stirbt. Man verliert. Man scheitert. Man versammelt. Man sieht diesen gottverdammten Todesbildschirm viel zu oft, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Sobald man weiß, was man zu tun hat und wie man den Boss anzugehen hat, ist das Ganze eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit. Und wenn dann der entsprechende Gegner am Boden liegt, der einen Feuer in den Wahnsinn getrieben hat, ist das einfach meiner Meinung nach ein Gefühl, was man mit keiner anderen Spielereihe vergleichen kann. Aus diesen Gründen möchte ich euch Dark Souls als Spielereihe in Form eines Let's Plays näher bringen. Ich werde zwar nicht den ersten Teil Let's Playen, weil den habe ich im letzten Monat durchgespielt und den kenne ich mittlerweile in- und auswendig. Und zwar werden wir den zweiten Teil spielen. Und davon auch nicht die Urversion, die habe ich auch schon mal vor längerer Zeit durchgespielt, sondern die neue überarbeitete Version, die Scholar of the First Sin Edition. Also es wird nicht blind sein, sagen wir so. Aber ich weiß bei vielen Sachen nicht ganz, was mich erwartet. Das heißt, es ist sozusagen blind, aber mit blinden Hund. Ich erinnere mich halt noch so an ein paar Eckpunkte, wo man wann ungefähr hin kann, wo man wann hin muss. Also es ist glaube ich ganz gut, um so einen roten Faden in das Ganze zu bringen. Die DLCs habe ich noch nicht durchgespielt. Die werden also komplett blind sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Die erste Folge kommt am 1.10. Um so, ich denke mal, wahrscheinlich 18 Uhr. Ihr müsst euch jetzt auch gleich nochmal das Datum eingeblendet sehen. Und dann würde ich sagen, ich freue mich darauf, das Let's Play. Ich hoffe, ihr freut euch ja auch. Guckt es euch einfach mal an. Lasst es euch drauf ein. Ansonsten würde ich sagen, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Nur in den alten Legenden wird es gesagt, dass ein Tag ein Unmatt wird.